Hallo, ich grüße dich zu diesem Video zum Neumond in Steinbock am 11. Januar 2024 um 12.57 Uhr mitteleuropäische Zeit. Der erste Neumond im neuen Jahr hat wirklich wunderschöne Aspekte, hervorragende Konstellationen zum Wachstum, erfolgsversprechend. Und es ist ja der erste Neumond in diesem Jahr im Zeichen Steinbock, welches die Energie hat, sehr planerisch und strukturiert zu sein. Die Sonne in Steinbock kann gut Verantwortung übernehmen und die Verpflichtung auch, also Verpflichtung heißt ja auch Aufsicht führen, Leiden ausüben. Und der Mond in Steinbock hält seine Gefühle hier in diesem Zeichen etwas zurück. Er steht ja in der klassischen Astrologie hier im Exil. Er ist eher vorsichtig in Kontakten und gleichzeitig empfindet dieser Mond hier auch die Verantwortung. Man leistet auch gerne etwas hier im Zeichen Steinbock. Es ist ein kardinales Zeichen, es ist ein führendes Zeichen, wo es darum geht, in der Öffentlichkeit eine Position zu beziehen. Die Sonne in Steinbock und auch der Mond in Steinbock haben ein Sextil zum Neptun in Fische. Das weicht die Gefühle etwas auf, die Situation auch. Man sieht mehr die feinen Zwischentöne, man wird durchlässiger, kreativer. Und es ist gut in dieser Zeit, sowieso im Januar und grundsätzlich für das ganze Jahr kann man sagen, immer wieder mal eine Auszeit von so Mediennachrichten zu nehmen, wirklich die Zeit zu fokussieren auf die wichtigen Dinge, um dann wiederum freie Zeit zum Träumen und zum Wachstum zu haben und für sich, also die Seele immer wieder baumeln zu lassen, wie man so schön sagt, oder zu manifestieren, sich das Gute vorzustellen. Die Sonne und der Mond haben auch noch ein Quadrat zum Mondknoten in Witter. Das ist ein sehr starker Aspekt und der Witter ist auch ein kardinales Zeichen mit einer anderen Energie, sehr pionierhaft, impulsiv, spontan, was der Steinbock ja eher nicht ist. Und die Herausforderung ist auch, das zuzulassen oder sich mehr zuzutrauen. Es kann nämlich sein, auch weil dieses Quadrat zum Chiron in Witter vorübergegangen ist, aber man hat eventuell einige Unsicherheiten am Anfang des Jahres gespürt. Und jetzt geht es darum, freiheitlicher zu sein, unabhängiger oder zum Beispiel den eigenen Lebensweg mehr zu gehen, denn auch die Sonne und Mond bilden an diesem Neumond ein Trigon. Das ist ein harmonischer Aspekt zum noch rückläufigen Uranus im Stier. Das ist eine Energie, wo man mehr aus sich heraus will. Der Freiheitsdrang kann gut mit den Verantwortungen, die man hat, gut vereinbart werden. Es ist eben so, dass man sich nicht in ein gesellschaftliches Korsett pressen lassen will, was der Steinbock vielleicht eher tun würde. Der Steinbock kann sich eher anpassen, der Uranus nicht. Und das ist dann so die Energie in dieser Zeitqualität. Und was sowieso noch sehr schön ist im Januar, ist das Trigon von Mars in Steinbock gut gestellt, hier im Zeichen Steinbock erhöht, zum Jupiter in Stier und mit dem Saturn in Fische involviert. Also dieses harmonische Dreieck, das spricht dafür, dass man erfolgsversprechend Vorhaben umsetzen kann, vor allem auch in diesen beiden erdigen Zeichen. Und es beginnt schon ab dem 5. Januar und am 12. Januar ist dieses Trigon exakt vom Mars in Steinbock zum Jupiter in Stier. Und wenn man dann weitergeht am 21. Januar, dann ist es so, dass ja der Pluto in das Zeichen Wassermann wandert und er eine Konjunktion mit der Sonne eingeht. Sonne in Wassermann eben auch. Und das ist eine Zeit, die wir alle möglichst wahrscheinlich spüren. Auch da ist es dann wichtig zu schauen, wo steht das Zeichen Wassermann hier, wo steht das Zeichen Steinbock. Und die Energie wird hier dann sowieso schneller, freiheitsbezogener, intensiver, sowieso mit einem Pluto, transformatorischer. Und ja, es könnte dann auch sein, dass uns bestimmte Dinge etwas überrollen, also Informationen oder wie die künstliche Intelligenz voranschreitet. Also alles, was mit Technologie und Forschung zu tun hat. Ja, vielleicht kommen auch irgendwelche UFO-Berichte und so weiter. Und die Energie wird dann noch beschleunigt, wenn am 27. Januar der Uranus direktläufig wird. Dann sehen wir wahrscheinlich Veränderungen im Finanzbereich, neue Nachrichten, Inflation und so weiter. Alles, was das Finanzielle global angeht. Am 31. Januar wird dann der Mars in Steinbock ein Trigon zum Uranus in Stier haben, also den direktläufigen Uranus. Und das fördert den individuellen Lebensweg des Wachstums. Es ist sehr gut mit einem Mars in Steinbock, denn ein Mars in Steinbock, der hat auch eine gute Struktur und er kann Dinge zu Ende bringen. Und wenn wir uns den Neumond in der Astrokratographie anschauen, dann findet er im östlichen Teil von Russland statt. In Grönland, Kanada und dann Kuba. Costa Rica geht an Südamerika hier vorbei. durch Frankreich, Mallorca, ganz konkret durch die Balearen hier insgesamt, kann man sagen, wir sind stark davon betroffen, in positiver Weise durch Westafrika und Russland, Pakistan und Indien. Und geht hier dann an Indonesien und Australien vorbei. Diese Regionen werden von diesem Neumond besonders stark betroffen oder profitieren. Es ist ein Neumond mit sehr harmonischen Aspekten, mit sehr wachstumsfördernden Aspekten und es lohnt sich wirklich wieder zu schauen, wo findet der Neumond bei einem im Horoskop statt? Also wo steht dieses Zeichen Steinbock auf 20 Grad ungefähr? Ja, und in welches Haus fällt dann bei einem selbst dieser Neumond? Unter dem Video habe ich wieder die Häuserbeschreibungen aufgelistet und auch nochmal den Artikel zum Jahr 2024 nochmal chronologisch aufgelistet, was passiert im Januar bis Dezember. Ja, soweit war es von mir zu diesem Video zum Neumond in Steinbock, zum ersten Neumond in diesem Jahr. Und ich ziehe nach wie vor eine Karte aus meinem Astrokratenset. Mal schauen, welche Karte diesen Neumond begleitet. Zwillinge, Kommunikation und Wissen Der luftige Zwillinge ist ein geistiges Zeichen. Er ist neugierig, wissbegierig und tauscht sich gerne aus. Vermittle dein Wissen, sei es in Form des Lehrens, Publizierens oder durch Schreiben. Der Zwillinge ist ein Zeichen der Dualität. Licht und Schatten gehören genauso zusammen wie Leichtigkeit und Schwere. Diese Pole ergänzen sich. Der bewegliche Zwillinge fliegt am liebsten wie ein Schmetterling von einem Ort zum anderen, um sich vielerorts zu informieren. Folge deiner Neugierde. Mit welchem Wissen begeisterst du andere? Finde deine eigenen Worte. Inspiration ist deine geistige Quelle. Sie steht dir immer zur Verfügung. Die Affirmation ist, ich inspiriere und lasse mich inspirieren. Und an dem Pluto-Eintritt in das Zeichen Wassermann, wenn die Sonne auch in der Konjunktion steht, so meine ich, habe ich gesehen, dass das Trigon auch zum Mond in Zwillinge steht. Und das ist auch so eine gute Konstellation. Wahrscheinlich auch sehr luftig, sehr beweglich, vielleicht auch sehr flatterhaft oder auf jeden Fall sehr intensiv. Ja, so weit von mir zu diesem Neumond in Steinbock. Ich freue mich sehr, wenn dir dieses Video gefällt. Ich freue mich wie immer über ein Like, über ein Feedback, über ein Abonnement. Und auf meiner Webseite annaroth-coaching.com findest du weitere Angebote. Du kannst auch dir gratis gerne eine Astro-Karte ziehen, dich unverbindlich in meine Newsletter eintragen. Dort gibt es weitere Angebote zu jedem neuen Vollmond oder halt eben schriftliche Beschreibungen oder Workshop-Angebote, endlich auch wieder in 2024 mehr. Und dann gibt es nach wie vor mein persönliches Coaching, meine weiterführende Coaching-Begleitung. Das kann ja Anfang des Jahres besonders interessant sein. Ich bedanke mich nochmals bei dir und ich wünsche dir einen guten Start ins 2024, auch wenn Merkur noch bis 2.1.2024 rückläufig ist. Heute am 31.12. wird Jupiter wieder direktläufig. Also ich wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr an deinem Seelenort. Bis dann. Bis dann.